Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speed Build. Ich freue mich darauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir jetzt zusammen hier das kleine Häuschen bauen werden. Ich habe mir gedacht, ich baue so ein bisschen was zwischendurch, zwischen meinen neuen Projekten. Meine Fachwerkmühle habe ich ja frisch beendet und jetzt brauche ich wieder neue Ideen. Bin noch so ein bisschen dabei am Sammeln und am Schauen, was ich dann als nächstes Haus bauen könnte und da dachte ich mir, ich kann ja so zwischendurch mal so ein kleines Tiny House machen. Das wurde ja auch in der Umfrage erwähnt, dass einige von euch die Tiny Häuser sehr schön finden, die ich gemacht habe und davon noch ein paar sehen möchten. Deswegen dachte ich mir, ja mache ich hier so ein kleines Eco Tiny Häuschen, also es heißt Tiny Eco Living, so rum heißt es. Also so ein bisschen was, was ein bisschen natürlicher aussieht mit vielen Pflanzen, sehr viel Holz dabei und ja so ein bisschen was in Richtung Öko hat, vielleicht so einen leichten Touch davon. Jetzt ist er nicht direkt öko-mäßig, aber vielleicht so ein bisschen in diese kleine Richtung geht. Und ja, das Ganze gibt es diesmal als Speed Build und nicht als Let's Build, denn ich wollte das einfach hier ja für mich so ein kleines Häuschen mal bauen, so nebenher, ohne da jetzt eine große Reihe von anzufangen. Zumal wir ja auch sagen müssen, okay dieses Tiny House so viel bietet das jetzt nicht, dass man das in die Länge hätte ziehen können. Also ich habe ungefähr ja etwas mehr als eine Stunde an dem Häuschen gebaut und gebastelt und das hätte man dann nicht so, dann hätte ich zwei Folgen gemacht, dann wäre die letzte Bildreihe auch schon wieder vorbei. Deswegen ja hier mal wieder ein Speed Build am Start und ihr seht schon, ich habe so ein bisschen was am rumgeschnüppelt natürlich, damit das Ganze ein bisschen schneller, kompakter in einer guten, anschaubaren Zeit funktioniert. Das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt. Ja, wir haben eben einen großen Raum, wie es eben hauptsächlich in den Tiny Häusern der Fall ist, wo eben Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer zusammen ist und eben ein kleines Badezimmer. Das sind die zwei Räume, die in dem Haus Platz finden werden. Das Ganze ist auch ausgelegt für einen Sim, das heißt mehr können dort nicht drin wohnen, außer natürlich, ihr packt dort ja noch ein zweites Bett rein oder eben auch ein Doppelbett. Wenn ihr es platztechnisch drin bekommt, ja, dann gerne. Ich habe es jetzt nicht, ich habe es nicht ausprobiert tatsächlich. Es hätte vielleicht doch geklappt, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, das machst du für einen Sim, das passt schon so. Also für einen Sim, der gerne vielleicht eher draußen ist, in der frischen, in der frischen Natur, an der frischen Luft in der Natur und weniger so ein bisschen im Haus sich aufhält. Nichtsdestotrotz sollte das Haus natürlich auch so ein bisschen Gemütlichkeit ausstrahlen, dass man trotzdem natürlich auch gerne im Haus ist, keine Frage. Ich habe alles sehr hell gehalten mit Holztönen, ja, also hellen Holztönen, so rum, hellen Farben und so ein bisschen dann die Akzente gesetzt mit so ein paar Farbklecksern durch, durch Gelb und Blau. Und ja, also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne, angenehme Farbkombination geworden und da lässt sich auf jeden Fall doch sehr gut drin leben, wie ich finde. Und ja, das ganze Haus ist halt, wie gesagt, so ein bisschen ökomäßig, deswegen habe ich auch viele Pflanzen wieder mitverwendet. Da kommen wir noch zu. Wir werden dort so einen kleinen Meditationsbereich haben, wir werden dort, ja, eine, eine Bienenzucht haben. Ich habe gedacht, das passt ja ganz gut dazu, wenn wir auch so ein bisschen, ne, Pflanzen selber anbauen können und dann eben auch so eine kleine Honigzucht dort machen können. Und, ähm, natürlich ein Pool, der darf nicht fehlen, obwohl das Meer hier auf der Insel, wir sind ja in Windenburg, das heißt, auf dieser Insel in Windenburg, da gibt es ja das Wasser direkt um die Ecke eigentlich. Ähm, auch wenn wir das Wasser direkt um die Ecke haben, ja, habe ich trotzdem noch einen Pool gesetzt, das sieht ganz schön aus, zumal wir eben ja auch nicht in Windenburg ins Wasser gehen können. Zumindest noch nicht und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt passieren wird. Mit der neuen Erweiterung dieses vier Inselleben ist es ja möglich, dass wir ins Wasser gehen können. Wir können auch, so wie man das schon gesehen hat, so Strandgrundstücke tatsächlich auch bauen, ähm, wo man dann von dem Podest direkt ins Wasser hopsen kann. Äh, ich glaube nicht, dass es, äh, mit, mit den, mit der Erweiterung, dass es auch in anderen Nachbarschaften möglich sein wird, dass man jetzt in Windenburg ins Meer gehen kann. Das wird wahrscheinlich, so wie ich EA kenne, wird es das leider nicht funktionieren, was natürlich sehr schade ist, denn wir haben natürlich so ein paar kleine, schon, ja, Nachbarschaften, die eben, ja, am Strand sind, am Meer sind, wo man natürlich auch reingehen könnte. Brindleton Bay zum Beispiel hat auch einen Strand, wo man natürlich reinhopsen könnte. Wird leider wahrscheinlich nicht funktionieren. Mit, trotz der Erweiterung, ähm, Inselleben wird man wahrscheinlich nicht in den anderen Nachbarschaften ins Meer springen können und dort schwimmen können. Ähm, noch ist dazu nichts bekannt, wir lassen uns überraschen, keine Frage, aber ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall sein wird. Deswegen, wie gesagt, habe ich noch einen kleinen Pool mit angebaut, dass eure Sims zumindest dort ins Wasser hopsen können und ein bisschen schwimmen können und, ähm, das, ja, das Wetter dort genießen können. Genau. Ähm, ja, hier im Haus geht es, wie gesagt, ähm, freudig weiter. Ich habe mich diesmal für die Küche von, äh, Coole Küchen entschieden. Was für ein toller Satz. Ich habe mich für die Küche von Coole Küchen entschieden. Ähm, war bis, äh, ja, bis ... äh, wie heißt es? Ähm, Elternfreunden. So. Bis Elternfreunden rauskamen, war das tatsächlich meine Lieblingsküche, weil die relativ modern ist, schöne Fronten hat, mit ein bisschen Glas dazu. Wurde natürlich, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile schon so oft gehört habt, abgelöst durch die Küche aus Elternfreuden. Aber ich habe mir gedacht, hier passt die ganz gut dazu, weil ich finde, das Holz ist auch, ja, das Holz passt eben sehr schön dazu. Also das ist ja auch so ein, jetzt nagelt mich bitte nicht fest, was das für eine Holzfarbe ist. Das ist, ich muss gestehen, es ist leider ein bisschen peinlich, dass ich nicht weiß, was es ungefähr so noch als Farbe ist, weil ich habe meine Ausbildung damals in zwei Unternehmen gemacht, die tatsächlich mit Holz zu tun hatten. Zum einen haben die auch Möbel hergestellt, meine erste Ausbildungsfirma, meine zweite Ausbildungsfirma hat Paketfassaden und sowas hergestellt. Das heißt, ich musste eigentlich schon wissen, was für ein Holz das ist, was für Holzfarben das sind und so weiter. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was das sein könnte. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, es ist ein helles Holz, was sehr gut mit in diesem hellen, in das helle Zimmer reinpasst. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich manchmal dafür entschieden, diese Küche auszusuchen oder zu benutzen. Und genau, weil wir dort natürlich auch ein schönes, großes Fenster eingebaut haben, das wollte ich extra haben, aus Waschtagaccessoires, eines der schönsten Fenster, was wir überhaupt haben. Und da dachte ich mir, da ist es doch perfekt, wenn man dort das Bett hinmacht, oder? Ich meine, wenn man morgens aufwacht und man guckt nach draußen, die Sonne geht dort aus, man kann so ein bisschen aufs Meer schauen. Ich meine, ein schöneres Aufwachen geht doch eigentlich kaum. Deswegen war der Ort dort für das Bett eigentlich perfekt geeignet. Und ja, auch dort passt die Farbe vom Bett, von dem Holz sehr gut in das Zimmer rein. Wobei, wie ich es jetzt sehe, man hätte dort natürlich schon das Doppelbett machen können. Man hätte es dann längs in den Raum reinpacken müssen. Dann hätte man den Küchentisch wahrscheinlich ein bisschen umschieben müssen, beziehungsweise vielleicht einen etwas kleineren Küchentisch nehmen müssen. Also von daher, wenn ihr dort zwei Sims einziehen lassen wollt, wäre das auch noch eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu erweitern. Also da habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, das Ganze zu gestalten. Hier auch wieder einer meiner Lieblings-Favorites. Der kleine, eigentlich ist es ja jetzt der Sessel, der Hocker, aus Waschtag, das war's. Klar benutzt, entfremdet, zweckentfremdet eben als kleinen Couchtisch oder Nachttisch hier in dem Fall. Was natürlich auch nicht fehlen, darf ich so eine kleine gemütliche Ecke zum Fernseher schauen. Die hat natürlich auch noch Platz gefunden. Wie gesagt, es ist zwar ein kleines Haus, aber jetzt vielleicht nicht ganz so Tiny-mäßig, wie man es sonst erwarten würde. Also es geht ja noch kleiner tatsächlich. Deswegen gibt es auch hier noch so einen kleinen Sitzbereich, den ich dort eingebaut habe, mit Fernseher eben auch. Und dann können eure Sims dort eben auch noch ein bisschen entspannen. Genau, entspannen. Hier kommt jetzt, wie gesagt, der kleine Tisch für den Fernseher. Da dachte ich mal, da packe ich jetzt ein bisschen was an Farbe rein. Wir haben ja schon, ja, so ein bisschen gelb-orange durch die, durch den Deko-Sachen mit dem Teppich, das Bett und so weiter. Und ich wollte noch ein bisschen Kühle mit reinbringen, dass es eben nicht ganz zu warm wird, sagt man so. Wurde mir zumindest damals beim, ich habe ein Praktikum beim Architekten gemacht und da hat der mir, der Architekt mir gesagt, man muss immer in einem Raum eine vorherrschende Farbe nehmen. Das wäre jetzt hier wahrscheinlich die warmen Farbtöne, gelb, braun und so weiter. Aber das Ganze mit entsprechenden Komplementärfarben ein bisschen ausgleichen. Das ist dann jetzt zum Beispiel dieses Blau mit dabei. Und deswegen dachte ich mir, passt das ganz gut, wenn ich dort auch so einen kleinen blauen Tisch noch mit reinpacke. Und ich finde eben sehr schön, dieses abgenutzte Holz, also dieses, diese Farbe davon, passt sehr gut eben zu diesem etwas leichten Öko-Thema. So, das dazu. Hier habe ich jetzt noch gedacht, ja mal was anderes, dass wir noch irgendwo so einen kleinen Stuhl, nicht Tisch, einen kleinen Stuhl da reinpacken, wo wir so ein paar Sachen mit da drauf packen, als Ablage einfach nur, der da einfach so random im Raum drin rumsteht. Fand ich mal eine ganz interessante Idee, als da jetzt wieder so ein kleines Couchtischchen hinzustellen. Deswegen habe ich das mal gemacht. Auch hier die abgewetzte Textur von dem Stuhl passt ganz gut dazu, wie ich finde. Ja, und wie gesagt, das wäre nicht ich, wenn ich nicht dort alles verbaue, was möglich ist. Deswegen habe ich eben auch noch hier ein bisschen Deko an die Wand gemacht, die wir noch ein bisschen übrig hatten. Und da wollte ich so eine kleine Galerie machen. Das fand ich ganz cool, die Idee. Und habe gesehen, dass die Rahmenfarben relativ gut zusammenpassen. Das hat mich relativ überrascht, tatsächlich auch, dass wir dort diese Brauntöne zusammen haben. Und dann habe ich mir gedacht, wir können das ja auf beiden Seiten so ein bisschen, ja, kombinieren, beziehungsweise die eine Seite wird ein bisschen... Ich wollte erst auf der einen Seite wollte ich erst unten unter dem Fenster, wollte ich erst die Bilder machen, so rum. Habe dann aber gedacht, hey, das kann man ein bisschen anders regeln. Und wir machen dort so eine kleine Lichterkette hin. Und diese Lichterkette wollte ich so benutzen, als wären dort die Postkarten angebracht. Postkarten stecken ja manchmal so auf Lichterketten. Das machen ja einige. Und das sind auch so Andenken aus, ja, aus aller Welt, die man mal gesammelt hat und die, die man zugeschickt bekommen hat, von den ganzen Brieffreunden. Ja, und dann ist eigentlich auch der Raum, der Hauptraum des Hauses soweit im Großen und Ganzen schon fertig. Ich meine, groß ist er ja nicht. Deswegen passt da auch gar nicht mal so viel rein. Aber man kann sich ja auf das Wesentliche konzentrieren. Das Badezimmer, wie ich es eingerichtet habe, das habe ich jetzt ausgeblendet, weil ich dachte mir, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, wenn ich euch jetzt zeige, wie ich das Badezimmer einrichte. Deswegen wurde das einmal rausgeschnitten und es geht weiter in den Garten. Und dort gibt es eben so ein paar verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir ja diesen Bereich, den jetzt hier als erstes kommt. Das ist halt der Bereich, den ich vielleicht schon gesehen habe, am Anfang, unter diesem, ich weiß wieder nicht, wie es heißt. Das hat mich ja schon bei meinem Seaside-Haus so geärgert. Dieses Abdach, Pergola, Pagode, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß einer von euch, wie es heißt und kann es mir nochmal sagen. Ich weiß, ich stehe gerade echt wieder auf dem Schlauch. Auf jeden Fall dieses Abdach, was nach oben offen ist. Das haben wir hier vorne und da unten drunter steht die Bank. Und da kommt auch dann nochmal, wie ihr jetzt sehen könnt, der Platz hin zum Meditieren. Also dort habe ich mir gedacht, ist es sehr schön, dass die Sims sich dort hinsetzen können und ein bisschen entspannen können, meditieren können, die frische Luft genießen können und dort entspannen. Dann haben wir natürlich noch einen ganz normalen Barbecue-Bereich, der natürlich auch nicht fehlen darf. Da habe ich mir auch gedacht, wir können hier diese schöne, tolle Bank aus... Jetzt muss ich überlegen, das ist glaube ich Dschungel-Abenteuer. Wenn ich mich nicht irre, kommt die Bank her. Auch mit ein bisschen Deko verziert. Ganz viele Blumen kommen da sowieso hin. Und dann haben wir dort noch einen kleinen Grill, ein bisschen das Barbecue-Essen und dann können eure Sims dort einen schönen Grillabend machen und dort draußen Hamburger essen oder was auch immer. Oder grillte Früchte, was auch immer, die eure Sims dort gerne haben möchten. Genau. Und dann kommt noch ein weiterer Bereich. Später natürlich noch für hinter dem Haus. Das habe ich auch schon gesehen. Dort, wo ich diese Gartengeräte dort angebracht habe, an der Wand. Dort kommt dann der Bereich hin für den Waschbottich. Also es gibt keine Waschmaschine, wir sind ja ein bisschen öko-freundlich, deswegen nicht zu viel Strom verbrauchen. Deswegen gibt es einen Waschbottich mit einer Wäscheleine. Und vor dem Haus kommt dann noch eben, wie gesagt, die kleine Bienensucht hin. Auf jeden Fall, was wir genug haben werden, das sind Pflanzen und Blumen. Wie ihr schon sehen könnt, wir haben das Ganze so ein bisschen eingerahmt. Dieser Bereich hier, wo man die Sims meditieren kann, sind schön umrandet von den ganzen Duften und Blumen. Da kann man also auf jeden Fall schon die Zeit verbringen und entspannen und den Vögel zuhören, wie sie am zwitschern sind. Auf jeden Fall klingt das auf jeden Fall sehr entspannend. So, was ich hier vorhatte, war, dass ich dort so einen kleinen Hügel baue. Das hatte ich bei meinem, ich nenne es jetzt mal Mint Mansion. Also das ist ja mein großes Haus, was ich momentan baue, was ich euch gefragt habe, welche Farbe ihr da haben wolltet, welche Außenpassade, dieses große Herrenhaus, wo dann am Ende dann Mint mehr oder weniger gewonnen hat. Da habe ich ja auch so einen kleinen Hügel gemacht, den ich bepflanzt habe. Das hat mir aber dann hierbei nicht so wirklich gefallen und habe dann gedacht, das lasse ich mal lieber. Deswegen kommt hier einfach nur ein bunter Streifen hin mit Blumen und grünen Pflanzen, der das Ganze dann so ein bisschen auflockern soll und natürlich auch so ein bisschen, ja, dass das Grundstück füllen soll. Denn es sollte nicht zu leer aussehen und hätte ich dort nichts hingepflanzt, ja, es ist wie gesagt für meinen Geschmack hier ein bisschen zu wenig. Ich weiß, manche würden vielleicht sagen, ja komm, lass es doch lieber, passt doch. Ich finde, es kann eher ein bisschen voller sein. Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen ein selbsteigener Geschmack, wie man es selber immer weiß. Deswegen habe ich dort diesen kleinen Bereich noch hingepackt, wozu dann natürlich auch sehr gut diese Honigbienen-Zuchtkästen, Wachskästen, Bienenzuchtkästen, wie auch immer man sie nennen will. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt tatsächlich heißen, passen da jetzt sehr gut hin, genau. Ja, und wie gesagt, hier hinten ist halt dieser Bereich, wo dann eure Sims die Wäsche waschen können. So ein bisschen Hinterhof-mäßig, Abstellraum-mäßig. Wir haben ja dort den Wäscheschlauch, nein Quatsch, den Wasserschlauch und die Wäscheleine. Meie, meie, meie. Irgendwie ist das total komisch. In letzter Zeit, ich werfe alles immer durcheinander. Ich weiß nicht, warum, was gerade los ist, aber ja, hat man vielleicht irgendwie, mal, ich weiß jetzt nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr mal die ganzen Wörter durcheinander mixt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich mixe die Wörter momentan ganz schön oft durcheinander. Naja, hier kommt noch so eine kleine, ja, so eine kleine Entspannungs-Area, ne, wo dann eure Sims noch ein bisschen Marshmallows grillen können, am Feuer genießen können. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Dann ist das Haus eigentlich auch schon so weit fertig. Ich meine, so schnell können mal eben 20 Minuten rumgehen. Für das Haus selber, wie gesagt, habe ich ungefähr anderthalb Stunden gebraucht. Das heißt, es ist nicht ganz so lange gewesen. Ja, das Haus gibt es natürlich auch in der Galerie unter der EAID Eistilritter. Dort findet ihr das Haus. Tiny Eco Living heißt das Haus. Gibt es, wie gesagt, in der Galerie. Alle Links zu mir findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal nach. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, Kommentare da lasst oder wenn es euch natürlich gefällt, gerne auch ein Abo. Und ja, sagt mir auch hier gerne, wie ihr das Haus findet, ob ihr es schön findet, toll findet, ob eure Sims vielleicht einziehen würden. Und dann würde ich sagen, ja, hören und sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, viel Spaß noch. Bis dann erstmal und ja, tschüss. Bis dann.